Durch die Übungen in diesem Video, wie es schon nach ein, zwei Wochen fast keine Rücken- und Nackenschmerzen vom vielen Lernen haben. Willkommen zurück Abitur-Däten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Und jetzt gibt es eine absolute Premiere auf diesem Kanal. Denn so wichtig ist mir natürlich, dass ihr den Schnitt, den ihr euch wünscht, erreicht, so wichtig ist mir auch, dass ihr das sowohl emotional als auch körperlich in einem sehr guten Zustand tut. Und deswegen gibt es heute mal sieben, sieben Übungen von mir, die du einfach jeden Tag am besten machst. Einmal am Tag reicht vollkommen, einfach diese sieben Übungen durch. Und dann wirst du so Nacken-, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, wird sich wirklich nicht in Luft auslösen, aber es wird wirklich deutlich besser sein. Ich mache das auch viel, weil ich einfach auch viel hier am Computer sitze, viel Coach und so weiter, Konzepte schreibe. Und deswegen ist das einfach super, super wichtig. Und dafür, ich werde jetzt nicht aufstehen, sondern ich werde das jetzt im Sitzen machen. Ihr macht es am besten, aber trotzdem einfach im Stehen. Ja, ist noch besser, aber ich kann jetzt wegen der Kameraeinstellung das nicht anders machen. Aber im Prinzip fangt ihr am besten einfach an, dass ihr, ihr könnt auch dieses Video euch einfach jeden Tag wieder anschauen, dass ihr einfach anfangt, eure Schultern zu kreisen. Einfach nur Schultern kreisen, ein bisschen nach vorne. Und dann, wenn ihr aber sie, sag ich mal, ein bisschen nach vorne kreistet, vor allem auch nach hinten. Ja, gerade diese Bewegung solltest du beim Lernen immer, immer, immer mal wieder machen. Einfach nach hinten, einfach nach hinten, weil das löst du im Prinzip das Problem beim Lernen, dass du die ganze Zeit so schaust. Ja, aber wenn du so machst, dann öffnest du das alles wieder. Das machst du einfach so 10, 20 Sekunden. Wenn du das dann hast, jetzt muss ich aber echt aufpassen, streckst du deine beiden Daumen. Ja, ihr könnt es jetzt nicht mehr ganz sehen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Es gilt aber für beide, für beide Seiten natürlich. Ihr streckt die Arme so aus, Daumen nach oben und kreist so weiter nach hinten. Ja, auch das schorgt wieder dafür, dass die Muskeln, die eben das hier so hochziehen, wodurch du eben wieder aufmachst, anstatt die ganze Zeit so zusammengekrampt sein, wodurch eben die Rückenschmerzen entstehen, dass das wieder geöffnet wird. Das heißt, du machst es einfach so. Ja, auch das 10, 20 Sekunden. Ich mache das mit euch mit, dass ihr quasi das bei dem Video einfach gleich mitüben könnt und das einfach jeden Tag euch anschauen könnt. Das heißt, das macht ihr einfach so, ist auch gar nicht so unanstrengend. Dann, wenn ihr das habt, dann wird es schon richtig lustig. Und zwar, die erste Sache, die ihr machen müsst, ist hier, ich hoffe, ich komme jetzt nicht an das Mikro, dass es nicht sich hässlich anhört. Aber ihr greift quasi hier unten hin, quasi da, wo euer, dieser Knochen hier, unterhalb von eurem Hals, der Knochen hier, da greift ihr unten hin, ja, und haltet quasi eure Haut fest und dann schaut ihr einfach nach oben. Das zieht einfach so, wie es eben für euch passt. Einfach nach oben schauen und einfach diesen Stretch halten. Halten, halten, festhalten. Sehr gut. Dann macht ihr im Prinzip, in Anführungsstrichen, genau das Gegenteil. Das heißt, ihr nehmt euren Kopf hier hinten und schaut, versucht nach oben zu ziehen und dann nach unten zu schauen. Ja, und dann drückt ihr quasi leicht hier runter. Bei allen Übungen, ganz wichtig, Kopf ist super empfindlich, deswegen unbedingt darauf achten, dass ihr das vorsichtig macht. Einfach sanft nach unten drücken, aber es soll schon ordentlich dehnen. Es geht quasi darum, dass man diese Muskeln, die da durch das viele Sitzen einfach verkürzen, dass man die wieder verlängert. Dann gehst du von dieser Position. In diese Position machst du also quasi auch schräg, dass hier diese seitlichen Nackenmuskeln auch gestretched werden. Hältst auch das so 10, 20 Sekunden. Mach das bitte wirklich im Stehen. Im Sitzen ist es nicht so ideal. Aber zu Demonstrationszwecken machen wir es natürlich gerne auch so. Andere Seite. Auch wenn ihr es zum ersten Mal schaut, macht direkt mit, dann kriegt ihr gleich ein Gefühl dafür. Und dann könnt ihr das jeden Tag machen. Dann nehmt ihr den Kopf hier seitlich, ja, so rüberziehen. Auch extrem wichtig, versucht auch bei all diesen Übungen die Schultern wirklich fallen zu lassen. Ja, nicht weiter irgendwie so verkrampft hochzuziehen, sondern wirklich so entspannt da zu sitzen. Leicht mit der Hand ziehen, aber vor allem auch darauf achten, dass es eben nicht zu stark ist. Andere Seite. Ohne die Frisur kaputt zu machen. Und macht das wirklich auch als Priorität in eurem Leben, wirklich auf eure Gesundheit zu achten. Noten sind wichtig, aber vor allem auch die Körperhaltung. Sollte man nicht in jungen Jahren sich dafür schon zerstören. Alright, wenn ihr das habt, dann kommt die allerwitzigste Übung. Zwar, ich gehe mal ein bisschen seitlich, damit ihr das auch wirklich gut erkennen könnt. Vor allem mit dem Spiegel ist das halt geil, ne. Im Prinzip nehmt ihr eure Hand so und ihr drückt nicht mit der Hand. Das sorgt quasi nur dafür, dass du mit dem Kopf auf der richtigen Höhe bleibst. Und dann drückst du einfach nur so nach hinten, ja. Ich mache diese Übung auch erst sehr kurz, deswegen ist es für mich auch noch saulustig. Sieht auch voll hässlich aus. Aber du machst es einfach so und hältst einfach. Das zieht dann hier hinten und auch hier vorne kann es leicht unangenehm sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich nicht zu krass, aber einmal nach hinten drücken. Dadurch trainierst du genau die Muskeln, die du eben brauchst, um deinen Kopf, der normalerweise immer, vor allem wenn du auch viel am Laptop sitzt, immer so nach vorne gerichtet ist, da brauchst du halt die Muskeln jetzt wieder zurückhalten. Und dadurch, dass du zurückschiebst, jetzt bewusst als Training, dadurch trainierst du die auch. Einfach halten, 10-20 Sekunden. Auch die Hand hier immer wieder beachten. Locker lassen, kurze Pause. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Einfach zurückdrücken, zurückdrücken. Kann unangenehm sein, dass du bien ins Fitnessstudio zu gehen. Einfach halten. Einfach halten. Das ist auch wirklich die Übung, wo ich sagen muss, das hat mir bisher am meisten gebracht. Alright. Das macht ihr. Dann als nächste Sache, das kann ich jetzt im Sitzen nur schlecht machen, auf jeden Fall geht ihr mit dem Kopf so rüber, ja, geht mit dem Kopf zum Beispiel da rüber und dann nehmt ihr den anderen Arm und zieht hier die Schulter nochmal zusätzlich runter. Das heißt, das, was wir davor so hier oben gemacht haben, machen wir jetzt nochmal, nur dass du hier die Schulter runterdrückst. Dann kommst nämlich, dann nehmst du nämlich nicht das hier, sondern kommst vor allem auch in diesem Bereich nochmal mehr rein. Das heißt, hier die Schulter runterdrücken, seitlich schauen und vor allem hier mit der anderen Hand den eigenen Arm runterziehen. Auch das 10, 20 Sekunden halten. Könnt dabei auch Musik hören. Wenn ihr die AA-Methode verwendet, hört euch eure eigens vorgelesenen Hefteinträge an. Andere Seite. Auch hier wieder jetzt mit der rechten Hand den linken Arm so greifen und nach unten ziehen. Auch da immer sanft. Und so, dass es für euch Sinn ergibt. Dann kommen wir schon zur vorletzten Übung. Die ist auch richtig besonders. Und zwar, das ist auch im Stehen nochmal wesentlich besser. Ihr stellt euch hin und wollt, tut so, als würdet ihr jetzt nach hinten fallen. Ja, natürlich nicht wirklich nach hinten fallen, aber vor allem, dass ihr eure Arme richtig weit nach außen stretcht, dass quasi hier die Schultern wirklich geöffnet werden und es vielleicht auch im Brustbereich wirklich zieht. Und auch das kann auch ein bisschen unangenehm sein. Würde ich aber trotzdem machen. Einfach halten. Da vor allem auch auf eine solide Atmung achten. Wirklich schön nach hinten ziehen. Ja, es darf ruhig richtig stretchen. Weil so verlängert man diese ganzen Muskeln, die sich bisher verkürzt haben, wieder. Mehr, mehr, mehr. 10, 20 Sekunden halten. All right. Und dann die letzte Sache, die ihr noch machen könnt, ist, ihr greift mit der einen Hand auf die Schulter, drückt die nach unten und geht dann mit dem Kopf hier an den vorderen Punkt eurer Schulter. Versucht da quasi hinzugehen. Das dehnt auch nochmal eine spezielle Seite hinten im Nacken. Das macht ihr für die eine Seite. Macht das für die andere Seite. Dehnt, dehnt, dehnt. Wenn ihr das dann habt, dann schüttelt ihr am besten alles ein bisschen aus. Bewegt euch ein bisschen. Ja, bewegt euren Kopf. Macht vielleicht ein paar Lockerungsbewegungen. Und dann passt das. Und so habt ihr auf jeden Fall wesentlich weniger Nacken, Rückenschmerzen. Macht das unbedingt. Super, super wichtig. Und ansonsten denkt dran, habt einen geilen Tag. Ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo. Und I get to breathe, yeah.